Wir haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in Bonn befragt, was sie von einer 30 km-Zone im gesamten Stadtgebiet halten. Die Fußgänger waren begeistert, die Autofahrer weniger. Die Autofahrer reagierten ziemlich sauer auf die Bonner Grünen OB. Fast im Chor waren sie der Meinung, dass sie dann noch früher aufstehen müssten und dadurch auch später zu Hause seien. Ihnen ginge dann viel Zeit verloren. Das war auch die Meinung der Buspendler. Einige Befragte meinten gar, dass demnächst keine Autos mehr in die Innenstadt fahren dürfen. Das bekomme diese grünen OB-Dörner noch hin. Am Bonn-Report-Telefon ist Dr. Christos Katzides, NRW-CDU-Landtagsabgeordneter. Herr Katzides, was ist Ihre Meinung zum OB-Vorschlag, im gesamten Bonner Stadtgebiet 30 km-Zonen einzurichten? Also die Beschreibungen der Bonner Oberbürgermeisterin in ganz Bonn Tempo 30 einzurichten und Bonn zur Modellstadt zu machen, sehe ich sehr, sehr kritisch. Und nicht nur ich, auch ihr als Bonner CDU. Wir haben dazu einen einstimmigen Vorstandsbeschluss, auch aus mehreren Gründen. Es geht ja bei der Sache primär um Lärmreduzierung und Reduzierung der CO2-Emissionen. Da aber schon ein Großteil von Bonn gerade in den Wohngebieten Tempo 30 umfasst, wird es gar nicht mehr so viele Flächen geben und Straßen, wo dann noch zusätzlich Tempo 30 gemacht werden kann. Außervorrangig auf den Hauptverkehrsakten. Und dadurch würde man natürlich enorm den Verkehr verlangsamen. Dadurch müssten die Menschen natürlich mehr Zeit einplanen, Busse und Bahnen. Aber insbesondere Busse müssen natürlich mal auch von den Fahrplänen her gegebenenfalls angepasst werden. Und wenn wir in ein paar Jahren CO2-freie Autos haben, die dann auch keine Lärmbelästigung mehr verursachen, dann wird das auch in der Form gar nicht mehr notwendig sein. Also insofern glaube ich nicht, dass es die große ökologische Wirkung hat, die beabsichtigt wird, sondern dass es eher ideologisch geprägt ist, dass man das jetzt stattweit ausweiten möchte. Vielen Dank für Ihre Meinung. Eine gute Zeit für Sie. Einen schönen Urlaub wünsche ich Ihnen.